Er ist mein Train-Partner, auch Nikolaus, okay? Train-Partner. Ja. Wir machen jetzt eins-vor-eins-Nahkampf-Trains. No Train-Partner. Kampeln. Eins-vor-Nahkampf-Trains. Rechtsziele. Töte mal kurz rechts. Einfach recht geladen. Oh, das ist eigentlich ja langsamer. Das ist so eine. Wird das nix. Ja, 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 ja. Koppel ist der höchste. Der Ring. Boah. Äh, ich baue lieber doch Verteidigungsanlagen. Ja, bitte. Hä, wo kommt denn her? Ich seh die Art, die ich will. Ah, ich hab gar nicht ein Dings gesehen. Nerdwall. Äh, Nerdwall nicht. Warte, aufgrund der Einschläge, wenn wir auf dem Bar kommen. Du wolltest. Auch Schwaden. Wir sind ja irgendwo in der Richtung. Der meint wahrscheinlich... Hinter uns, hinter uns. Hinter uns sind Franzosen. Hinter uns sind Franzosen. Ja, dreht die Kanone einfach... Kreuz. AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH Sag mal, dass der T-T-T ist noch da. Äh, okay. Nein, ich schieße die einfach runter, aber die zwei Kugler sind vier Mann tot oder so, das passt. Auch was tun, damit ist jetzt eine Cavalry-Verteidigung. Äh, was für eine Formation haben die. Das sind Gardisten mit. Die machen eine leichte Formation, okay. Dann Sniperi. Äh. Ich schieße meine, ich weiß, wie die heißen. Ah. Ah! Einer war zu hoch. Die hatten noch rattenleichte Formationen, oder? Aber haben die härteste Klasse gedauert mit dem Lager. Bisschen komisch. Oh! Die rechte Kanone kann jetzt Cartagena reinmachen. Die Dinger kann eigentlich nur mit Kugel schießen, weil die E-Mail... Oh, 10-D-A stelle ich jetzt nicht davor. Ja, auch mal. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ah, ich mach das. Soll ich Cartagena oder Kugel? Kugel, immer nur Kugel. Kugel. Freundlich oder feindliche Kaballerie vor uns? Freundlich. Ich hab nicht so'n großen Desktop. Ich dachte, ich werde keine Folge schieben. Ich kann nicht antworten. Ich muss an der Kanone transportieren. Also Paffeldings und Turin sind gleich auch von Flats. Ja, Cartagena. Cartagena ist der beste Kaballerie, den ich kenne. Ui, Achtung, Kugel. Kugel. Hier links. Mauer bei... Ich. Nur die blauen französischen Flachen haben, erkennt man doch. Der Laner ist da. Oh, der wird zu sp... der kommt so hin. Beide hab ich gezielt! Ihr habt beide den gleichen erschossen, außer nur einen Kill gibt es dafür leider. Stop sending me messages. Ist nicht mehr jetzt! Oh, for fuck's sake! Nichts passiert. Oh! Was? Ja, du Buster. Ich hab in den letzten Sekunden noch hoch gezogen. Ja, aber die verwendeten ja... Dreckiger Sacker. Weil man eigentlich fast alles verschießen kann, was es auf der Netze überhaupt gibt. Ja, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt wird die Artilorien nicht mehr gechargt. Man kann hier den linken Totenwinkel nicht verschießen, aber die ganze Erbebe jetzt sicher nicht hier nach links. Den Totenwinkel, okay? Detail schießt jetzt auch die feindlichen Artilor. Was ist jetzt los? Boah, das gibt richtig Musketen auf die Fresse, aber wenn die Leute mitgehen... Okay, auf geht's. Weil Jäger vielleicht... Kaffeein. Ja. Ja, du hast dich gefeuert. Ja, du hast dich gefeuert. Ich hab mal das halbe Regiment ausgelöscht. Dann ist die Position halt mega scheiße, wenn wir komplett abgeschossen werden. Aber irgendwie... Die Senker, die ihr habt, ja. Na ja... Ist auch nur ein Prinz. Die sind am Meer. Sorry. Niemand lädt die Kanone so schnell wie ich, würd ich mal sagen. Gamer346. Pass auf. Ja, schieß einfach. Oh, das war ne Kugel. Hau. Ja. Ja. Mieter. Chikken. Toll. Schalte, Kugel. Ach guck, dann einfach nur Googler bitte. Keine Cartagen. Ich sag mir doch keine Zeug, der Vorpassungs-Tod. Geil. Wo sind denn die Usar? Die müssen eigentlich gleich hier auftragen. Ich hab einen gerade abgehalten von Kai Nummer 4. Wir müssen ihn drinnen. Schießen wir auf die Voltage, weil die Kiste liegt. Dabei. Gut. Yeah. Nur noch welche? Ja, einer ist noch. Ein paar Voltage, ja. Nein, Vol. Ich kann euch ja sagen, wie das ausgeht, da wird die Kavalerie gegen Kavalerie. Und es darf halt einfach fangen. Der feindliche Armee, keine drei Pferde bleiben, hat sich gewinnt. Und die Voltage-Retage. Achtung, Voltage-Retage. Also, Sky Nummer 4 scheint in Oberhand zu sein leichter. Geht nachherm, nachherm. Get it, boy. Oh, fuck. Das war nicht der Feind. Ich bin tot. Hi. Das war nicht so wichtiges. Verluste? Das ist ein Armee im Jog gerade. Gleich. Die feindliche Kavalerie leben noch. Mit drei Pferden oder was? Nein, mit, ich glaube, acht. Drei, drei wäre schon zu viel. Oh ja, ich sehe sie da hinten. Geht ihr noch hin, oder? Ey, Friedrich, geh zu anderen Armee, dann hast du Schutz wieder. Wenn du jetzt losläufst, darfst du es vielleicht noch. Wir haben nur einen Pummel, ist egal, wir haben nur eine Kanone. Rennen, rennen, rennen. Wenn ihr jetzt loslust, sagt ihr... Kommt die Feind-Kavalerie denn für uns, oder nicht? Die müssen erst mal gucken, die kommen jetzt langsam. Die töten die hintere drei wahrscheinlich, und die fordern zwei entkommen wahrscheinlich. Das scheint mir immer fällt so, dass sie sich opfern sollen. Nein, die rennen mit uns, Mac. Oh, da kommen sie. Ein einzelner Reiter, man darf nicht angreifen, das ist nur der Scout wahrscheinlich. Die reiten Kreisgrade. Oder welche komische Formation. Wir gehen zur Gegner-Artikel. Jetzt kommen sie Richtung euch. Schaffen sie es nicht mehr, weil ihr jetzt in der Rede von der Fidelin gesagt habt. BAM. Achso. Jetzt sind sie ja noch in unserer ehemaligen Artikel-Vision. Jetzt müssen halt eure Verbündeten natürlich... Jetzt chargen sie euch wieder, weil die Verbündeten weggelaufen sind. Ja, ist doch klar. Warum laufen Verbündeten noch weg? Scheiße, dumm sind. Können wir sterben. Ihr seid zehnmal mehr, ihr frastiert. Ihr glaubst, die kommen auf euch zu? Ihr seid tot. Natürlich kommen die auf uns zu. 1, 2, 3, 3, 4 und den Musketieren. Ich brauch deinen scheiß Pümpel, du Nase. Komm her, Pümpel. Ich bin sowieso tot. Ich gehe jetzt nach rechts lang, ich mach jetzt den Freiraus und überlebe viel, leicht. Wie kommst her? Ich bin längst tot. Ach, das schlusswort. Stellt euch doch nicht auf! Stellt euch doch nicht auf! Stellt euch doch nicht auf! Komm her, ich brauch deinen scheiß Pümpel! Wir sterben, wenn ihr uns schadet, sind wir beide tot. Der wo gerade da wegläuft nach rechts, der stirbt Kröten. Alter, meine Fresse! Komm doch her! Ja, wir leben nicht, Friedhelm. Friesel! Unsere Jäger sind tot. Ja, du bist jetzt auch tot. Es hat eh nichts gebracht. Wir sind da versucht, zur Infanterie rüberzurennen. Um was zu tun? Überleben. Die beiden Linien waren relativ dicht und dann sind die einfach plötzlich auseinandergegangen. Dort kam, ob sie ein Tor aufgemacht, dass die Kamerade durchkann. Total bescheuert. Verwinden die das noch, weil die zwar weniger Leute sind, aber halt noch acht Reiter haben und einfach die alle... ...schnell vermutlich unsere Kamerade-Artillerie zu übernommen. Ich denke, dass mit den Reitern, wenn die noch ein bisschen Leben gewinnen, das ist die von so... ...wenn die noch Pferde haben, eine Weile. Weil, hey, ein Reiter ist mehr wert als von R inheritend. Ach, gerade. Ich bin halt auch immer so hart öffis. Wir spielen vor allen Dingen hart chaotisch. Ist ja auch ein gemischtes Regiment, das ist ein gemischtes Regiment gegen den Reiter, wenn wir keine Strauß haben müssen. Krass, gefickt will ich es mal. Der blaue Lauf hier, dann Trompete. Der Huser. Das ist ein reizender Arschwein. Es ist auch ein bisschen an bei dem Ziel. Ist halt bitter wenig 20 Kills, wenn man noch mehr sind. Da würde ich mich auch aufregen, wenn ich... Das ist eine rechte Linie, ich habe gerade noch viel Tropf gesehen. Ach, die ist immer noch mit 10 Kills. Ich bin zu hoch! Krass, wie die Wollte stehen, die ist nicht was ich hier aus dem Koldisch, aber trotzdem töten. Was war mit dem Umbau, oder? Nein, nein, ist das Schluss im siebzehste. Noch einer. War das ein großer Junior? Ja, der hat knallt. Boah, da war gar nicht ein großer Junior. Scheiße. Drei Runden. Die eine war ja auch fast fertig. Das kann man noch als dritte, also als drei Runden schon so zeigen. Sehr gut. Aber über diese Runden noch gar nicht. Linke kann noch nicht höher schießen. Eher bisschen weiter liegt. Das ist eher ein Schuss, weil die Leute, siehst du, das gibt einen Kill. Kevin! Jaja. Was ist das? Jetzt sind wir so unter Handlungsdruck. Keine Hübe, ja gerade versucht zu erschießen, oder? Ach! Pass ich wieder hoch. Oh! Kann nichts sehen? Muss man wegfinden, wenn man einmal kommt. Sind die wirklich weggedreht? Ja, unsere Kamera drückt auch gerade gegen sie vor. Ja, ja, ja. Immer wieder rauskommt. Aber nicht. Ah, jetzt sehe ich für eine Säge. Haha! Yeah! Ja! Doch! 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 Jetzt hat keiner gestorben, dann plötzlich sind Dachs eingeschrien. Zumindest laut der Nächste, die Nächste stimmt den meisten. Und... Dann töte ich den halt im Deck an. Ja, mo respe! Dura, Dura!